Ich habe beschlossen, Menstruationstassen sind einfach die besseren Schottgläser. Zum einen sind die aus Silikon, man kann überhaupt nichts kaputt machen und zum anderen, falls mal wieder jemand das Glas zu tief in den Mund genommen hat, ist da einfach so ein wundervolles Rückholstück unten dran. Ab dem Moment kann gar nichts mehr schief gehen und roter Likör kriegt direkt einen ganz anderen Charme.